Hallo ihr Lieben! Ja, heute geht es um ein Thema, was ganz viele Männer interessiert, nämlich um das Thema Felgen. Felgen und die passenden Reifen und Reifendruck und Festfahren und die ganzen Themen da drumherum. Also, wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Diesmal habe ich mir sogar Notizen gemacht, weil es ein echtes Thema mit ganz vielen technischen Details ist. Unsere liebe Mary hat ganz heiße Stiefel, nämlich die 18-Zoll-Felgen von Niesmann & Bischof. Alufelgen ist ganz klar, weil Stahlfelgen gibt es so groß nicht. Früher hatten wir immer 15- und 16-Zoll-Felgen auf den Wohnmobilen und haben uns auch regelmäßig im Sand, auf nasser Wiese und so weiter festgefahren. Und das ist schon mal eines der absoluten Vorteile einer 18-Zoll-Felge. Wir haben uns nicht mehr festgefahren seitdem. Entweder ich fahre besser, das kann natürlich gut sein, haha, oder aber es liegt doch ein bisschen an den Reifen. Also, ich schaue auf meinen Zettel. Wie geil die aussehen, muss ich euch nicht sagen, das seht ihr selber. Ja, reduzierter Reifendruck. Vielleicht liegt es weniger Festfahren auch am reduzierten Reifendruck. Wir hatten mal einen Termin bei Goldschmidt. Da haben die Jungs, die sind ja für Profis und vom Fach, die haben uns erzählt, dass wir diese Reifen pro Reifen mit 3 Bar fahren dürften. Ich konnte es kaum glauben. Glauben, 3 Bar, pff, das ist echt wenig. Ja, da macht man sich so seine Sorgen. Also habe ich mal 3,5 reingemacht und seitdem fahren wir mit 3,5 Bar. Und auch circa 40.000 Kilometer sind wir mit den Reifen jetzt unterwegs und alles ist super. Der Fahrkomfort ist auch extrem gestiegen. Ich meine, die Karre rappelt eh nicht viel innen drin, aber so ein Tellerchen und klappert schon mal irgendwo und dann ist das seitdem wirklich besser geworden. Also, irgendwie eine kleine Luftfederung. Nur mit 18 Zoll Felb. Was habe ich? Ich schaue auf meinen Zettel. Den Komfort habe ich. Weniger Festfahren haben wir besprochen. Finden wir gut. Die gute Traktion vorne, ich finde auch, kennt man, wir fahren zwar nicht in die Berge, aber in der Eifel und so, wo wir schon mal unterwegs sind. Da gibt es schon mal so kleine Hügelchen und wenn man da mal Gas gibt und man steht, kennt jeder Ducato-Fahrer, dann drehen die Reifen durch. Das tut die Mary auch, macht sie, aber nicht mehr so dramatisch. Das ist aber ein rein subjektives Empfinden von mir. Das kann ich halt nicht beweisen. So, was sind da für Reifen auf diesen sexy Stiefeln drauf? Das muss ich ablesen. Das sind Conti, also Continental, Van Contact Camper 225 55 R 18 C P 120 R. So, das war genug abgelesen. Die Reifen sind super, begleiten uns 40.000 Kilometer. Aber hinten ist da noch echt viel Profil drauf. Ich würde mal sagen 4, 5, 5, 6 Millimeter, irgend sowas. Vorne, im Sommer tanzen die noch und vor dem Winter müssen sie dann runter, dann müssen vorne ein paar neue Reifchen drauf. Das sind M&S Reifen mit Schneeflocke, also Ganzjahresreifen. Für uns Flachlandtiroler optimal. Wir sind sogar schon mal auf Schnee gefahren. 5 Zentimeter geschlossene Schneedecke, für mich der absolute Horror. Aber, Mary, ich und Frommuth haben das gut gemeistert. Frommuth kommt eh aus dem Siegerland, das ist so eine Schneekatze, da ist überhaupt kein Problem. Die sagt immer fahren, fahren, fahren. Ja, das war es zu unseren Superreifen. Wir würden sie wieder empfehlen. Und würden sie uns auch wieder kaufen. Ah, guck mal, da kommt die Frommuth. Hallo. Servus. Du bist ja der Finanzminister von uns beiden. Oh, verdammt. Und? Was sagst du? Was würdest du die kaufen? Also, ich habe mal so eruiert. 4500 Euro. Sechs Felgen. Ei, 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 ei. Plus Reifen nochmal. Ei, 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 ei. Ich weiß nicht, was der Reifen kostet. Ich sag mal, Bauchgefühl habe ich nicht eruiert. 250, 280 Euro, das Stück. Also, viereinhalb Mille, kaufen wir die? Also, unbezahlbar sind die Blicke der großen Jungs an den Tankstellen. Lustigerweise fällt mir das vermehrt an Tankstellen. Auf Campingplätze, Stellplätze sowieso. Aber Tankstellen, da gucken ja dann auch mal die Nicht-Camping-Jungs hin und denken so, oh, ist aber geil. Könnte unbezahlbar sein. Ja, 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 ja. Also, es ist ein teurer Spaß. Aber auch Prolle Frohmut findet die Dinger gut und sexy. Und wenn man sie kaufen möchte oder wenn wir es nochmal kaufen, dann sparen. Weil das lohnt sich auf jeden Fall. Danke. Tschüss.